Die perfekte Jeans, was macht sie aus? Spezielle Einlegepolster für einen knackigen Po oder kommt es doch eher auf den Stoff? Oder eine spezielle Nähtechnik an? Wir wollen es ganz genau wissen. Und lassen die drei neuesten und angesagtesten Jeansmodelle in verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten. Jeans Nummer 1 ist die Sumatra Pop-Up Jeans von GAS. Das Besondere an dieser Hose sind diese Einsteckkissen, die angeblich den perfekten Po zaubern sollen. Für knapp 150 Euro ist diese Jeans die teuerste in unserem Test. Jeans Nummer 2 ist die Levi's Rebel für 110 Euro. Dank ihres speziellen Stoffes soll diese Hose laut Hersteller den Po anheben, den Körperstrecken und die Passform auch nach wilden Partynächten bewahren. Jeans Nummer 3 ist die Stradivarius Push-Up für günstige 30 Euro. Bei dieser Hose geht es um die besonderen Teilungsnähte. Die sollen den Körper definieren und Kontur verleihen. Klingt alles sehr vielversprechend, aber welche der drei Jeans hält, was sie verspricht? Unsere Models Theresa, Lena und Jenny werden das für uns rausfinden und am Ende die perfekte Jeans küren. Damit unser Test auch fair abläuft, haben wir die Models so ausgewählt, dass alle drei dieselben Maße und denselben Apfelpopo haben. Los geht's mit unserem ersten Check, dem Qualitätstest. Und dafür bekommen die Mädels Skatelehrer Julian an die Seite gestellt. Als erstes werden wir mal ein paar Trockenübungen machen. Ich stelle euch einfach mal hin und wir schauen mal, wie strapazierfähig ich auch noch muss sein. Mit diesen Aufwärmübungen soll die Dehnbarkeit des Jeans-Stoffes getestet werden. Und schon nach ein paar Minuten wird deutlich, dass Teresas Gas-Jeans mit den Einlegepolstern, rechts im Bild, und Lenas Stradivarius-Jeans mit den speziellen Nähten in der Mitte, ordentlich rutscht. Nur die Levi's hält. Ich muss meine Hose nicht festhalten wie die anderen, und ich kann bis zum Boden runtergehen. Jetzt dürfen die Mädels endlich aufs Board und pushen, so nennt man beim Skaten das Schwungholen. Dabei reißen bei den meisten Profi-Skatern nach ein paar Wochen die Hosen im Schritt. Unsere Models geben alles, und dann passiert's tatsächlich. Tatsächlich, die Hose ist gerissen. Ob Lenas 30-Euro-Jeans wenigstens beim Rutschen besser abschneidet? Nach 20 Minuten auf der Halfpipe sieht das Ergebnis so aus. Sowohl Teresas Jeans mit den Einlegekissen, als auch Jennys Jeans mit der speziellen Stofftechnologie kaum abgenutzt. Nur Lenas Jeans hat extrem gelitten. Damit steht für uns in der Kategorie Qualitätstest fest, ein Stern geht ganz klar an die Levi's Revel, und ein weiterer Stern geht an die Sumatra Pop-Up-Jeans von Gas. Denn sie ist nur beim Kniebeugen etwas gerutscht. Kommen wir zu unserem zweiten Check, dem Grapsch-Test. Ja, Sie hören richtig, in einem Einkaufszentrum sollen unsere drei Jeans nur durch Abtasten der Po-Partie bewertet werden. Jetzt passen Sie mal auf für die Leute im Einkaufszentrum, die Jeans mit den Einlegepolstern bewerten. Der Po ist weich, aber es ist nicht halt natürlich. Es ist ein bisschen komisch. Also ziemlich weich. Ich spür die Unterhose. Nein, ein dicker Oma schlüpferst das nicht. Wir klären die Dame auf. Da sind so Einlegepolster drin. Hast du die gespürt? Genau, die habe ich gespürt. Das meinte ich auch. Unterhose, irgendwas Hartes. Von was kommt das? Da ist ein Polster drin. In der Hose? Komisch. Ja, und wie fühlen sich die beiden anderen Jeans an? Der fühlt sich schon besser an. Also viel natürlicher als der erste. Sehr weich und fühlt sich eigentlich sehr passend an am Popo. Ja, fühlt sich eigentlich gut an. Stabil, fest. Die Jeans sitzt auf jeden Fall länger. Das war eindeutig, wir halten fest. Sowohl die Levi's Rebel von Jenny als auch die Stradivarius von Lena haben beim Grapsch-Test komplett überzeugt. Daher bekommen beide einen Stern. In unserem nächsten Test geht es um das Tragegefühl. In einer Kletterhalle sollen unsere drei Models sich jetzt sportlich betätigen. Es geht darum, wie sich Jenny, Teresa und Lena in ihren Jeans fühlen. Das Tragegefühl ist nicht so gut, weil sie rutscht ziemlich meine Jeans. Und ja, sie ist jetzt schon ziemlich ausgeleitet. Daher ist es ziemlich unangenehm zum Klettern. Oh je, und wie sieht es bei Jenny und Lena aus? Zur Erinnerung, Lena trägt die Stradivarius mit der besonderen Nähtechnik, Jenny die Levi's mit dem speziellen Stoff. Es ist super bequem. Es fühlt sich fast an wie eine Sporthose. Da muss man sich jetzt fast überlegen, ob er nicht lieber mit Jeans klettert als mit Sporthose. Ich fühle mich total wohl. Ich bin begeistert. Also, sie ist schon echt gut. Ich bin begeistert. Es ist halt wie ein schöner Abbruch aussieht. Es ist viel förmiger. Man sieht da schön die Kurven. Läuft. Gefällt. Ich finde, die macht die beste Form. Ich finde, die macht einen knackigen Hintern. Ja, die Geschmäcker sind verschieden. Nach einer halben Stunde haben alle drei Jeans dieselbe Anzahl von Sternen. Damit ist doch für uns klar, wir geben allen Jeans jeweils einen Stern. Als letztes machen unsere Models den Passform-Test. Nach mittlerweile 14 Stunden in ihren Jeans wollen wir wissen, ob die Hosen immer noch knackig eng sitzen. Deshalb lassen wir Jenny, Theresa und Lena noch ein letztes Mal ordentlich schwitzen. Und Mädels, wie fällt in dieser Kategorie euer Urteil aus? Wir haben ja den ganzen Tag jetzt heute die Hosen getragen. Gerade nochmal wild getanzt. Ihre Hose sieht man auch laiert. Ist nicht mehr so fest. Deswegen würde ich sagen, dass wir beide die beiden letzten Sterne bekommen. So wird's gemacht. Die Levi's Revel und die Stradivarius Jeans bekommen jeweils einen Schlepp. Die Levi's Revel mit ihrer speziellen Stofftechnologie ist nach dem Check heute unsere perfekte Jeans. Aber auch die günstige Stradivarius Jeans mit der besonderen Nähtechnik hat ziemlich gut abgeschnitten. Also liebe Frauen, vergesst Popolster und setzt auf guten Jeansstoff und Nähte. Dann findet ihr garantiert eure perfekte Jeans. Juhu Leute, schön, dass ihr uns gefunden habt hier auf unserem TUF-Channel. Erzählt doch mal, wie hat euch dieses Video gefallen? Achso, erzählen geht ja hier gar nicht. Ihr müsst hier einen Kommentar hinterlassen. Wir sind so gespannt auf eure Meinung. Und da übrigens könnt ihr auch gleich das nächste Video klicken. Ach was, abonniert einfach gleich den ganzen TUF-Channel. Mich würde es freuen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.